Haha. Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Carly im Pack. Hallo! Ich find Simba cool. Ja. Den kannst, das sind halt, du kannst ja die ganzen Charaktere, die schaltest du ja immer frei. Look at the booty, look at the booty. Ähm, ähm, ähm. Gehen alle hier noch. Ups. Danke, dass du mir das sagst. Mhm. Oh, hier ist was. Irgendwo. Ich muss jetzt aus dem Wasser raus. Ganz lolololo. Oh, Simba. Simba ist weg. Ja. Ja, die ist zu weit weg jetzt. Ah. Oh nein, Simba! Simba, 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 Simba. Eine Schweigeminute. Wir sind noch bei dir. Okay. Irgendwo hier muss es sein. Ja, hier. Das Monster ist auch hier. Das Monster ist auch hier. Oh nein. Wieder hier raus, wo wir reingegangen sind. Ah, ich kann grad nicht laufen, wuhu! Ah! Nein! Scheiße! Volle Kalle ins Monster rein. Und ins Monster reingerannt. Das ist voll fies. Ja. Ey, wo ist denn der Typ jetzt schon wieder hin? Ach so. Das ist bei mir. Das ist, das ist der Geist, oder? Nein, das ist kein Geist. Der ist nur lebendig. Nee, nee. Wir haben ja irgendwie... Ach so, mein Simba. Nee, ich hab grad geschrien. Ach so. Das Monster ist immer noch am Schlepptau. Wir müssen jetzt hier rüber. Hinter der Wand ist das. Oh. Eins davon ist... Ist nicht richtig. Können sie jetzt aussuchen. Ich glaub, hier ist das Unrichtige. Müssen wir aber auch kaputt machen. Jetzt wieder zurück. Oh, da ist Simba. Simba! Oh, da ist Simba. Simba! Komm. Komm, wir rein. Das steht wieder da, wo du grad eben gedingst wurdest. Na super. Ah! 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 Scheiße! Gott, wir müssen ja weg, ey. Ich hasse diesen Punkt. Ja, das ist ein Punkt. Ja! 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 wieder in die Bibliothek. So, wo ist das nächste? Aaaah! Hier grad etwas alleine. Nee, du bist... ...richtig hier. Oh, das ist aber irgendeine Batterie gewesen? Ja, das war ne Batterie. Weit ihr? Hier oben. Ah, die Treppe hoch. Mach mal eine Flashlight aus, weil ihr so blickt. Ich weiß jetzt noch nicht wo. Ähm... Auch nicht. Ah! Ich geh einfach mal hier runter. Ja, das ist richtig. Da können wir schön weiterlaufen. Ist die richtige Richtung. Und jetzt hier nach rechts. Was ist das? Ja. 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 Ich will jetzt gerade im Kreis laufen. Ich bin gleich dran. Ich höre jetzt so weit vorgelaufen. Was macht die mit uns? Keine Ahnung. Nicht schon wieder. Es ist hinter uns. Also ich höre jetzt nicht mehr auf die Frau. Ich will jetzt hier ein R drücken. Ich glaube irgendwie steckt die mit dem Geist, mit dem Monster unter einer Decke hier. So, hier ist geradeaus, ja genau. Batterien, Batterien. Oh sorry, ich bauch auf. Ich kann ihm nicht helfen, da ist noch mal inzwischen. Jetzt wieder raus hier. Schön zusammen bleiben. Er hat mich direkt zum Monster gefühlt. Ich würde den nicht vertrauen. Das Monster ist direkt hinter mir. Kann ich nicht so schnell laufen? Ich laufe. Ich laufe. Und jetzt fahre ich sie weiter. Ich laufe in die richtige Richtung. Naja, jetzt hier rüber. War es wieder im Klo? Ja, war wieder im Klo. Bist du Bara? Wo bist du Bara? Ja, wo du das Tal rausgeholt hast. Achso, da stehst du noch. Meine Taschenlampe gibt mal nach. Weg hier. Zur Seite. Wie. Ja. Jetzt wird hier rüber. Und jetzt wieder rüber? Ah, ist wieder so ein Scheißding. Ja, muss kaputt gemacht werden, damit das... In eine andere Richtung. Nein? Hä? Doch, wir müssen dir lang. Hier... Ja? Hm? Hier ist aber hier rüber irgendwie. Nicht mehr geradeaus. Ja, wir müssen irgendwo liegen nach links. Ich weiß, es ist nämlich wohl hier lang. Keine Ahnung. Ja, das ist unser Geist. Wir müssen hier lang, wieder zurück. Wo bist du? Okay. Da war es gerade. Waaah! Immer noch hinter uns. Was? Ja gar nicht, ich bin gleich tot. Ja, du musst einfach nur die Taschenlampe drauf halten. Ja, aber meine Taschenlampe ist gleich leer. Ja. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir noch eine Batterie zwischendurch finden. Ja. Gott, ey. Und auf Taschenlampe licht. Hm. Hm. Ja, das ist gerade auch. Das ist auch meine Maus. Ja. 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 Dann müssen sie sich gleich übergeben. Ja. 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 Eins. Noch eins, noch. Hinter uns. Mhm. Wow! Gott! Ich muss nur rennbarer rennen. Ja, ich bin jetzt tot. War ja schon zweimal. Hier ist ein nicht richtiges Symbol. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? In Taschen... Oh, da ist eine Batterie. Wenn das Teil dich jetzt hat, dann ist es vorbei, ne? Ich weiß. Setz mich ja nicht unter Druck, aber. Setz mich ja nicht unter Druck, ne? Ja, irgendwo. Ja, hinter der Wand vielleicht. Das war ich. I can hear it. I can hear it. So schnell, Barra. Da ist hinter dir. Lauf! Lauf! Ja, wo bist du hin? Ja, das ist schon mal der richtige Gang. Du hast es gleich. Nein! 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 Die gleiche scheiß Batterie! Ja, da hast du den Scheiß Ding angenommen! Nein! Die gleiche Scheiß Batterie! oh oh misclicked sonst wir sonst hätten was gefunden das spiel sehr lange gedauert aber der andere der wollte ja der wollte doch dort monster spielen kann das spielen 17 minuten gut dann würde ich sagen 1 holly molly holly molly maccaroni da er zum kärs Es ist nicht mehr klar, dass du heute. Nein! For God's sake, geh weg! Äh, Carl, die andere Richtung, komm doch mal zurück! Ja, der ist doch das Monster! Der ist doch schon weg! Wenn das weg ist, dann ist es weg! Das kann doch nicht mal direkt so wiederkommen. Weil die Musik noch war, weißt du? Ja, ja, kein Problem. Wir müssen jetzt hier hinten hoch. Ja, das ist natürlich... Ja, guck mal hier. Man muss noch hier hoch. Und dann einmal ist man rum. Weil hier außen rumlaufen. Also hier findet man wieder zig Batterien, ne? Ja, guck mal hier. Ich hab grad er wieder fertig. Hier müssen wir irgendwie rüber. Ich weiß nicht wie. Ah, hier. Jetzt wieder, ähm, rechts rum. Was? Hier lang. Ich hab grad wieder er gehabt. Oh Gott! Rechts Wo lang geht es? Rechts oder links? Äh, links Ich zieh geradeaus, denke ich mal Wir sind wieder im Klo Ne, umkleide Ah, was ist denn, geier? Wie? Keine Ahnung, wie der es geschafft hat Aber der ist ein guter, guter Monsterspieler, Alter Das ist aber so, also so Ganz heimlich Ja Ich sehe alles grau Ja, das habe ich gerade eben auch die letzten 5 Minuten gehabt oder 10 des Spiels Ich glaube irgendwie das ist offenbar, gucken wir gleich mal, vielleicht kriegen wir es auch hier unten Ich bin hier Oh jetzt muss ich wieder hoch Ich bin jetzt hier die Treppen hoch Ich bin hier so schräg, damit wir hier rauskommen Warten, äh, bis ich eher drücken kann Ja, in die Richtung Ja, ja, hier wieder Hier unten wieder hier lang, in die Richtung Oh jetzt weiß ich nicht wo Oh jetzt weiß ich nicht wo Da lang Also na Ah! Bin ich schon wieder, heilige Mutter, wie so Hier, ich bin tot Aber ich hab mit Warum hat er die Ich war, er hat mich auch schon dreimal angenibbelt, weißt du? Nibbel, schnibbel Ich hab keine Ahnung, wo hier diese scheiß Tape sein soll Hier war das, wieso das, ach hier In der Bibliothek mal wieder. Jetzt müssen wir da die Treppe irgendwie hoch. Ja. Jep. Ich kann nix tun, ich kann nix tun. Ich wünsch ich könnte irgendwas tun. Tja, man kann nur zugucken als Geist, aber wenigstens kann man was tun. Wo ist denn? Auf Erwarten. Das stimmt so irgendwie, ja. Hier. Oh, da sehe ich was da, was ich kaputt machen kann. Oh nein! Nein! One of my partners. I don't have a partner. Hä? Ich habe ja gerade schon ein Ding gesehen. Wo ist das hin? Das ist da drinnen. Ich habe das von Begleitemperten. Ich habe das auch schon mit dem Lass zu spät. Ich habe das noch mit gefragt. Ich habe das nicht Glück. Ich habe meine Güte gesucht. Ich habe mich nicht gelesen. Ich habe das mit dem Lass auf dem Lass. Ich habe das mit den Lass. Das ist ja gut. Ich habe das Orbital. Ich habe das aber bedrocknet. Ich habe die Lass uns gesagt. Ich habe mich nicht gesehen. Aber ich habe mich jetzt hier. Denn ich habe den Lass. Du hast mir mit mir. Ich habe mir was. Du bist bist. Du hast irgendwo. Nein! Nein! Ich habe mein Ding jetzt direkt angemacht. Ist jetzt sehr close. Irgendwo in der Nähe muss es sein. Ja. Ich höre nur eigentlich gerade wegen Halt. Einen Idol habe ich... ...erstört. Der Störer der Idole! Gut. Und auf. Kann einfach nicht erdrücken. Ja, geradeaus. Musik stresst mich. Geht los, falsche Richtung. Ich bin hier, Barbara. Ich bin hier. Wieder ich? Nein! 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 Wusstest du wirklich gerade in meinen Hintern fallen, Barbara? Wirklich! Wirklich! Guck mal wie du liegst! Guck mal wie du liegst! Ernsthaft? Auf der gleichen Stelle?! Ja! Wir sind so Pro! Ernsthaft! Wir sind so Pro! Pro ist'n aller Pros! Hallo! Ist grad schlecht! Ja! Sehr schlecht! Oh! Schade! Oh! Für Gott's sake! Oh nein, du hast grüß dich ganz... Oh, du hast grüß ganz gegangen. Guck, guck. Ooooooh. Jesus. Wir sind aber immer schön zusammengeblieben. Auf jeden Fall. Ja! Das... Fuck you, Simba! Was? Was? Wie spookier als Dead by Daylight? Ja. What? 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 Da verlieb ich, ey. Wir können noch weiterspielen. Ich glaube, ich habe genug. Das ist wirklich stressig genug. Das ist ein tolles Spiel. Hahahaha. Hier ist mal wieder den Linkeri-Channel, ne? Jo! So, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!